verstehen wir uns ja auch den check nein 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 doch ich mach jetzt nichts falsches ja ich weiß was mir münzen was soll ich sonst machen nichts gar nichts was mag deine münzen sind doch nicht viele nein überhaupt nicht ich nehme nur 21 münzen ab ich weiß nicht was sie damit wollte keine ahnung oder sich machen stehen gleich ja guck mal dein geld nehme ich jetzt als eintritt und dann gehe ich dann einen stern holen finde ich doch klasse kommen wir spielen und nur zusammen ich habe ich habe doch nur erleichtert damit wir nicht an das hat nie geklappt bei keinem spiel haben konnten wir zusammen spielen und dann spielen wir mit einmal zusammen ja ich bin da immer zusammen das kommt danach in eine gemeinsame kasse jetzt das klingt vor dir na guck mal wie gnädig ich bin auf anderen seite total gnädig ich hasse keiner jetzt darfst du mir doch auch jetzt gar nicht münzen ab ich bitte dich was soll es auch anders machen was soll es alles machen das ist ja auch nur gerecht dass ich die jetzt jetzt fünf münzen fünf münzen gönne ich dir auf jeden fall zehn auch noch ok ist gut hallo ist gut ach das ist ja münzen ja ich glaubt ach schloch jetzt guck mal du seist doch froh kriegst du ja auch noch einen stern füllst du dich plattform chaos kannst mich mal weißt du ne ba 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 da 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 ok ja easy peasy lemon squeezy ich stütze eh feuer ab herrlich sich für mich pack alles deine schuld hallo hallo wo du direkt an meinen arsch geklebt hast ihn so hart habe ich an deinen arsch geklebt und ich hatte glück gehabt aber er hat gewonnen der kütze und k-wins schade sie alle münzen bekommen alle durchkommen total fair ja ja ist klar ach schlacht komm sagen wir rund oh nett nett guck mal da steht der die leider im münzen was da glaubt der bock mir münzen das ist ne lüge das ist ne lüge ich krieg da auch ne alle ich werd hier ausgeraubt wie ne weihnachtsgans und da musst du sogar noch zahlen oder gerade geleckt aber speichert er noch jede runde ja zum glück wir können wir das noch so eingestellt hey joshi ich glaube du bist auf dem roten cell gekommen da bekommt er einen stern glücklicherweise ich freue mich doch für dich sogar ja das glaubt du ich heute danke ich kann sie nach dir ja 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 richtige wäge 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 centos jetzt wirklich schnell immer wegen mit lang fein scheint passiert ja nicht wenn die computer auf normal sind ist das selten der fall bei den anderen sachen ist das schwerer du wirst ausgenommen und das ist klar du hast da ist ja dunkel kommen vorbeikommen was eigentlich vor zehn münzen ausgeben da lang zu kommen dies tute mir aber leid ich dachte sie dass sie diesen stern bekommen würden möchtest du mir nicht einen stern da oben verkaufen bei mir die drei münzen auch nichts mehr habe ich bin schon so aber dann nehmen sie mich gleich ganz aus total unfair letzten fünf runden schickt er mich jetzt gleich extra oben lang damit dich ja klar 221 körper körper erzählt aber was du drückst ich habe jetzt zweimal durch münzen bekommen schon ein bisschen schieden auch man kugelchaos vielleicht kugelchaos wäre vielleicht lustig gewesen oder pilz ding aber wenn die anderen runter schon mal gut hier kann man noch ein bisschen geld machen würde mir jetzt ganz gerne film wenn ich jetzt alles kriegen würde ja dann haben wir kann sie gleich aufheben gar nix hallo kriege ich gar nix was ist das denn für eine scheiße ey ich glaub was ich will kein hammer hast du bis jetzt über was bekommen nein den bekomme ich noch nicht mal ja wir sind glaube ich beide leer ausgegangen ja sind wir auch ja mein gott er holt sogar noch joshie ein guckt so niedlich küsst mich ja küsst mich frosch boah es wird er bei dir nochmal münzen alter wie fies ich glaube ich nehme dich auch gerade lol du kleiner dicker affenhund ey du bist erster deswegen merke ich mir donkey wo du erster bist merke ich mir du kleiner dicker affe dich nämlich auseinander wie eine weihnachtsgans ich glaube das soll mir nicht immer gut wer jetzt so ist ja klar vor allem sind wir auch bei dir ja ist doch gut wir haben andere niedrig zahlen noch damit ich kurz zum stern noch ein kriege und dann das ende kann mir jeder ruhig eine abziehen nicht ganz jetzt nicht so klasse schade eine 2 hätte ich dir gegönnt aber ich muss sagen das spiel geht total schnell um ja weil die minigames schnell umgehen ja deswegen ich habe nicht auf mich geachtet ich habe auf die anderen geachtet nein ich wollte wissen ob da irgendwas rauskommt du siehst das ja wenn es blitzt ja aber wenn der pfeil da lang geht dann kommt das meistens da ja gut da hat es unten pfeil da habe ich jetzt nicht drauf geachtet oh letzten